Tag 958. Heute kommen die größten Entwicklungen aus dem Raum Volodar. Hier versuchten die Russen, ihre Einkreisung zu vollenden und das gesamte ukrainische Kontingent in Volodar einzuschließen, waren aber gezwungen, sich auf heftige Häuserkämpfe einzulassen und die Stadt zu durchqueren, anstatt sie zu umgehen. Die Ukrainer errichteten außerdem eine neue Verteidigungslinie und ließen die Russen nach ihrem bitteren Sieg im bald einsetzenden Herbstschlamm stecken. Nachdem die Russen den Fluss von Westen her überquert hatten und von Vordenay aus auf die östliche Flanke von Volodar vorgedrungen waren, standen die Russen kurz davor, die Stadt völlig einzukesseln und die ukrainischen Truppen darin einzuschließen. Auch die einzigen ukrainischen Nachschublinien in die Stadt wurden von den Russen mit Drohnen und Artillerieangriffen ins Visier genommen, wodurch sich die Lage für die ukrainischen Verteidiger erheblich verschlechterte. Die einzigen Optionen, die den Ukrainern blieben, waren entweder die Russen aus den Flanken von Volodar zu verdrängen und die Straßenverbindungen zur Stadt wiederherzustellen oder die ukrainische 72. mechanisierte Brigade zurückzunehmen. Für die Ukraine war es eine große Herausforderung, die russischen Truppen von der versuchten Eingreisung Volodars abzudrängen. Die ukrainischen Brigaden an den Flanken von Volodar waren größtenteils nicht mechanisiert und verfügten nicht über die notwendige Feuerkraft, um einen direkten Angriff auf die russischen Stellungen zu starten. Die westlichen Waffenlieferungen waren begrenzt und mussten vorrangig für andere Bereiche der Front eingesetzt werden und die Ukraine konnte keine mechanisierten Einheiten aus diesen Sektoren abziehen, um Volodar zu verstärken. Ukrainische Soldaten berichteten, dass russische Spetsnaz-Spezialkräfte und speziell ausgebildete Drohnen-Einheiten die Infanterieangriffe auf Volodar unterstützten, von drei Seiten Angriffen und ständiges Artilleriefeuer abgaben. Angesichts der unterbrochenen Nachschublinien und des zunehmenden Drucks blieb den Ukrainern nichts anderes übrig, als sich aus der Stadt zurückzuziehen. Die Rettung der altgedienten 72. mechanisierten Brigade hatte Vorrang vor dem Halten von Volodar das bereits in Trümmern lag. Die ukrainischen Schützenbrigaden und Bataillone an den Flanken, die in Verteidigungsoperationen erfahren waren, sollten die Linie gegen die russischen Truppen halten, die versuchten, Volodar vollständig einzukesseln. Ein Blick auf die topografische Karte zeigt, dass die Russen mehrere Schluchten, Niederungen und Flüsse durchqueren mussten, um die Eingreisung zu vollenden. Die Ukrainer hielten die Höhen auf den gegenüberliegenden Hügeln, was ihnen einen Vorteil bei der Abwehr der russischen Angriffe verschaffte. Sie behielten auch die Kontrolle über den westlichen Teil des Bergwerks Nummer 3, um zu verhindern, dass die Russen entlang des Bergrückens in Richtung Bohoia Vlenka vorstoßen konnten, was den Rückzug gefährdet hätte. Die Ukrainer veröffentlichten zahlreiche Videos, die ihre erfolgreiche Verteidigung gegen russische Panzerangriffe an der Ostflanke von Volodar zeigen, wo sie mit FPV-Drohnen zahlreiche russische Schützenpanzer zerstörten. Ein Video zeigte einen russischen Schützenpanzer BMP-2, der versuchte, ukrainische Stellungen an der Westflanke anzugreifen. Die ukrainischen Streitkräfte antworteten mit ihrem eigenen BMP-2, eröffneten das Feuer und töteten die russische Besatzung. Die Aufnahmen enden damit, dass ukrainische Soldaten das russische Fahrzeug einfangen und zu ihren Linien zurückfahren, wobei sie eine ukrainische Flagge schwenken, um nicht mit dem Feind verwechselt zu werden. Das unsensierte Originalmaterial des russisch-ukrainischen BMP-Duells findet ihr auf unserem Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung. Als sich die Ukrainer aus Volodar zurückzogen, zeigten russische Drohnenaufnahmen, wie sie ukrainische Fahrzeuge angriffen, die bei der Evakuierung eingesetzt wurden. Die meisten Angriffe betrafen jedoch parkende Ziele, was darauf hindeutet, dass die ukrainischen Truppen bereits in die Baumreihen evakuiert worden waren. Wenn die Aufnahmen Angriffe auf sich bewegende ukrainische Fahrzeuge zeigten, waren sie verpixelt und wurden vor dem Aufprall abgeschnitten, was darauf hindeutet, dass die Ukrainer elektronische Kampfführung einsetzten, um die russischen Drohnenangriffe zu stören. Die Russen nahmen die ukrainischen Evakuierungsrouten auch nachts mit Artilleriebeschuss ins Visier und versuchten, Truppen zu treffen, die sich unbemerkt durch die Baumreihen bewegten. Trotz dieser Bemühungen gelang es den Russen nicht, Volodar vollständig einzukesseln, da es an den Flanken starken ukrainischen Widerstand gab und die logistische Herausforderung bestand, dass die nächsten Nachschubzentren 18 bis 30 Kilometer entfernt waren und es keine befestigten Straßen gab, die den Zugang erleichtert hätten. Am 1. Oktober war es offensichtlich, dass die ukrainischen Streitkräfte ihren Rückzug aus Volodar abgeschlossen hatten. Die Russen rückten rasch ein und veröffentlichten zahlreiche Videos, in denen sie russische und sowjetische Flaggen an den Gebäuden der Stadt hesten. Daraufhin wandte sich die ukrainische 72. mechanisierte Brigade, die Volodar fast zwei Jahre lang verteidigt hatte, an die russische 155. Marineinfanteriebrigade, die aufgrund der schweren Verluste bei den wiederholten Angriffen auf Volodar mehr als achtmal neu aufgestellt worden war. Die ukrainische Brigade veröffentlichte daraufhin eine dreiteilige Videoserie, die zeigt, wie sie die Frontalangriffe der russischen Brigaden abwehrte, während sie selbst den Rückzug organisierte und schmillerte so den russischen Sieg. Die unsensierten Kampfaufnahmen der 72. mechanisierten Brigade sind auch auf unserem Telegram-Kanal zu finden, der in der Beschreibung verlinkt ist. Zu diesem Zeitpunkt waren viele russische Analysten skeptisch, dass die Einnahme von Volodar zu einem größeren operativen Durchbruch führen oder die ukrainische Verteidigung zum Zusammenbruch bringen würde. Die ukrainischen Streitkräfte verfügten über eine solide Verteidigungslinie hinter Volodar, die sich zwischen Nowoukrainka und Bohaljavlenka befand und ähnliche geografische Vorteile bot, die Volodar zu einer Festung gemacht hatten. Außerdem führten nur unbefestigte Straßen und Felder, die von Rinnen, Flüssen und Furchen durchzogen waren, zur nächsten ukrainischen Verteidigungslinie. Diese Gebiete würden sich mit der kommenden Regenzeit bald in schlammiges Terrain verwandeln, was einen russischen Vorstoß erschweren würde. Da die Ukrainer die höher gelegenen Gebiete hielten, würden die Russen erhebliche Schwierigkeiten haben, sich durch das Tiefland und den Schlamm zu bewegen. Das Institute for the Story hervor, wies auch darauf hin, dass es einige Zeit dauern würde, bis die Russen Volodar vollständig gesichert und als Nachschubzentrum wiederhergestellt hätten, was bedeutet, dass die Russen vorerst auf überlastete Nachschublinien angewiesen wären. Letztendlich führte die Schlacht um Volodar nicht zu dem entscheidenden Durchbruch für die russischen Streitkräfte, den sie sich wahrscheinlich erhofft hatten. Trotz ihrer Bemühungen, die Stadt vollständig einzukesseln und einzunehmen, zogen sich die ukrainischen Truppen strategisch zurück und zogen das Überleben ihrer Truppen, dem Halten von bereits durch Kämpfe verwüsteten Gebieten, vor. Obwohl die Russen am Ende den Sieg für sich beanspruchen und ihre Fahnen über Volodar hissten, waren die Kosten für sie immens. Russische Brigaden wie die 155. Marineinfanterie erlitten schwere Verluste und mussten im Laufe der vielen gescheiterten Versuche, die Stadt in den letzten zwei Jahren einzunehmen, mehrfach neu aufgestellt werden. Unterdessen sind die ukrainischen Verteidigungslinien weiter im Westen weiterhin stark, wobei neue Verteidigungslinien auf höherem Gelände positioniert wurden, was ihnen einen weiteren Vorteil verschafft, da das Gelände in dem nahenden Herbstregen immer schwieriger zu durchqueren sein wird. Schließlich erklärte die 72. mechanisierte Brigade selbst, dass sich zwar die Verteidigungslinie verschoben hat, die Arbeit jedoch unverändert weitergeht, da sie weiterhin für Material über die Abwehr russischer Versuche zur nächsten Verteidigungslinie vorzustoßen, verbreitet. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop US-Supporter werfen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.